ARD Text im Auftrag von Funk Der wusste anscheinend die ganze Zeit, dass ich da bin Sophia on the right, Smoke On your right Was ist das? Ja, es ist schlecht, top Von mir treppenhaus Oh Fastest Ja, boi In der West Oh Fastest Ja, boi In der West Fastest Ja, boi In der West BAM BAM Leute, nehmt die Operator mit Schild, kommt Operator mit Schild? Ja Nehmen wir mit ein bisschen Schutz Blackbeard, dein Ernst Ja Ja Keine Schild Das ist Cartoon, Jungs Das ist einfach Plastik Päumus Plastik Ja 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 Spawn Peek von oben, ne Aber ich habe irgendeinen anderen getroffen Aber ich habe irgendeinen anderen getroffen Alter Nicht schon wieder Klar Die hacken, da musst du nicht denken, das ist keine Synergie Ja 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 Der ist voll Flecht Und triff ich einfach so durch den Smoke Oh Wow Ja Man sieht ja so Alter, wie man das sieht Ja Das ist so ekelhaft Das ist so ekelhaft Wo macht denn der Bug auf? Oh fuck Die sind ja schon Sind die schon drin? Ja Direkt vor der Tür in Richtung Office Ich kann nichts sehen Ich brauche damit Irgendwas gesprochen Ja Office Sophia Und ein Termite macht ein Badezimmer auf Scheiss Mario Halte durch Scheiss Ich pushe Wurst durch Das war eine Fehlentscheidung Mario Das war gar keine gute Idee Halte durch Mario Fuck Nein Du schaffst das Ah Da draußen rechts von hier Innenloch Falsche Falsche Innen drin Ja Rennen gerade weg Good trip Ha Und da sagt doch einer Die CZ ist kacke Ich hab immer noch kacke Ja Ich bin die Leiche aus Äh nicht die Leiche Die Geise Ich bin die Hier Innen Ich bin die Leiche Ich bin die Leiche Du siehst Ich bin die Leiche Deine Leiche Die Leiche Die Leiche Die Leiche Geh rein, ich geh rein Da vielleicht jetzt nicht WTF Es regnet Fuse Fuck Ich kann nicht halten 2 Leute in Karate Ficken Da ist ein Stairs Midi Na ja, ich Fuck Vor dem Fenster und direkt drinnen Schnell Patrick Alle 3 auf B Blenden Kannst du schießen Wo der Twitch direkt Den erschießen Rechts Bleib in der Ecke Bleib in der Ecke Blenden Rechts Unser Mate Alter Scheiße Alter Scheiße Ich hab hier Du Was Fisch ist einer Nicht die Drohne Er ist aber einfach nicht mehr bei mir gespawnt Rechts direkt und fliegen wollen So der Raum selber ist clear Scheiße ich werd gleich angehen Da liegt ein Legion Scheiße ich muss jetzt machen Michi das packst du nicht Der hängt eben noch hinter der Ecke Die Scheiße erlangt Gott Liege ich noch Von rechts Ben wird mich vielleicht von links holen Ich weiß es nicht Mario ich mach die andere Seite auf Bleib immer da Ja Christian du bist noch da oben War der da Ok Lukas Wer dich hier gefängt Mario Ok Mal gucken wenn einer da ist Ne Keine Drohne Das ist ein bisschen gestorben Das ist ein bisschen gestorben Egal Sachen wenn da gar nicht Eine von hinten dann pushen Ja Also wir sind Da hinten Toll Schönen letzteres Raum Komm pushen pushen Chris die vor Ja direkt vor mir Erst vor Chris Erst vor Chris Kannst planten gehen Ja ich kann ja nur aufhalten Ich brenne 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 Ja ist klar Ich versuche ihn zu markieren Ich bin der zu dir 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 Links 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 Skylight Kommt der Skylight Der hat noch 10 HP 10,20 Selbe Spiel Selbe Spiel Selbe Spiel Halt er sagt jetzt Good Job Sagt er tatsächlich Good Job Ne der hat Watch Out irgendwas gesagt Ach so For Smokes Ah ok Der ist aber Mute Ja Ah Mute Nach dem zweiten 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 Sound Schmutz Good Job Good Job Chris der zweite Sound Ich wollte eigentlich falsch Ich war geplant Dass ich gar nichts mehr mache Aber Dann dachte ich Ok zieh durch Dann zieh ich jetzt auch durch Oh Gott oh Gott oh Gott Sag mal so ich kann jetzt grad nicht mehr meine Oh Gott oh Gott oh Gott Auf dem Dach sind 2 1 oder 2 Ich weiß ich bin nicht ganz sicher Die haben auch das Fenster zu B Und ich musste weg springen Weil die haben versucht mit Granaten rauszuhauen Oh Gott ich sehe einen aber ich sehe nur die Waffen auf Nein Das ist ne Scheiße Das ist ne Scheiße Du fällt runter Chris Komm Du siehst nur sein Muzzle Break Raffi nicht pieken Raffi nein Raffi Raffi hör auf Raffi hör auf Du musst nicht pieken Ich will aber den Kopf nehmen Ich seh ihn auch Ich seh nur seinen Lauf Oh Oh Das ist ein Jackal Das sehe ich an der Waffentarnung Das ist ein Jackal AAH BUCK BUCK Das ist was jetzt? Das ist ein Jackal An der Waffentarnung Ja Das ist ein BUCK Ja und wo ist der Unterschied Was genau hätte jetzt die Information gemacht Das ist ein Bucket Nichts Oh oh Chris 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 Das ist jetzt die Drehung Ich doch LOL Hä Was wird hier bloß? Ihr müsst rein Hallo Ja Wo haben die denn geblattet? Chris muss jetzt danach landen Das da oben ist LOL Der letzter ist oben glaube ich Der oben oben Scheiße Scheiße Sorry Sieg durch Sieg durch Yes Dreh dich mal um Dreh dich mal um HALP Er steht schon da Scheiße Scheiße Hello Die Insta zwei drinnen Einen Jackal haben wir Einen Thermite So Die beiden genannten sind dann tot Ja Aha Ich hab extra drauf Wo? Den Cache ist immer raus, oder? Cache Christian ich probier mal was riskantes Wenn ich hier durch das Loch durchkomme Nein Über mir ist einer Über mir ist einer Christian Über mir ist einer Kannst mich so realisieren wenn einer kommt? Ich hab sieben AW man Sieben Ja ich hab 100 Lull Und mal Claymore Ne ne der ist hier Ja 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 markiert 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 Das wird schon Raum da links Ja Ey das ist mein Eingang Das ist mein Platz Das ist mein Platz War das? Das war ja Da war ja Ende mal Ja Poster charge going up Ja Jaaah Jaaaaaaah Jajahehehe Das ist nur der letzte Keine Ahnung Das war schön Zwei Leute mit dem Ding holz Das ist geil, was soll ich durch? Was? Wow, der hat an. Ja, klar. Weißt du, Mann, ich sehe mich bei der Killcam über den Gegner. Jaja. Oh, Jungs, ich bin ja ein Vierer-Premier-Team. Krass. Kann halt nur nach rechts... Ja, nicht zu mir kommen. Das bringt nichts. Hab ich nicht gesagt. Ja, wir haben halt 0,0,0 Chance. Okay, jetzt kannst du versuchen. Jetzt oder nie. Was hab ich geholt? Wir sind jetzt gleich down, wahrscheinlich. Ah, vielleicht auch nicht. Wir haben nur noch 30 Sekunden, wir müssen jetzt. Ja. Ich push jetzt durch nach oben, okay? Okay, go, go, go. Gehittet. Neb ab. Äh, ich hab keinen Plan von wo. Auf der Trippe, auf der Trippe, auf der Trippe! Okay, ich bin tot, ich bin tot. Loil. Den hab ich halt 0 gesehen, Alter. Den kann man einfach nicht. Schön. Links. Schön. Nice! Schön, Ups. Ah, Leute, ladies. Das war closed. Ah, eigentlich closed. Gut abgelenkt. Ja, gut geschehen. Ja, ich weiß nicht nur, wie die da hängt. Achtung, ich push jetzt durch. Wuh! Hab einen ordentlich gretet, ordentlich. Also wirklich ordentlich. Ähm, B-Fenster. Uah! Ah, stimmt doch! Zwei Leute, zwei Leute bei Krohn. Also, einer ist gretet. Zwei Leute, zwei Leute bei Krohn. Ja, Bankau. Haben die Cam. Aber ist die Cam verpackt oder sind das Pflanzen? Bisschen Pflanzen. Bisschen Pflanzen. Salz. Oh! Äh, bei, 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 der Bombe hier A. Balkon auf Marker, ne? Balkon trennt zwei Leute drinnen. Ah, ne, einer drin und einer Balkon. Bei A. A. Einer drin, einer deckt bei Krohn. Äh, aber von der Seite! Wendeltreppe oder so, keine Ahnung. Ist einer drin, Backens da hinten. Wendeltreppe, meinste? Wendeltreppe, meinste? Kann sein, ich... Ne, Back ist tot. Okay, dann Balkon, Fetscher. Bisschen Vorsicht, am Fenster ist immer noch. Ich geh da jetzt weg. Beziehungsweise... Ich sag Bescheid, wenn einer reinkommt. Kann doch von hinten gekillt werden, ne? Y.A. auf jeden Fall aufpassen. Päuschen, ähm... Irgendwo ist eine Goumein. Ich glaube bei Yellow. Oh, geht er weg? Wir haben wahrscheinlich... Um die links bist du nicht gedeckt, ne? Durch... Bacon, die kannst du noch geholt werden. A, A drin, A drin, A drin. Fetscher drin. Ich hab rechts einen, äh... Sophia. Krieg den bei A nicht abgeämt. Anderes Fenster. Also rechts Fenster. Sophia. Okay, Sophia über Garage. Der von A ist rüber und hab ich ihn umgebracht. Der ist... Der ist tot. Okay. So schier noch draußen. Ja, easy. Bleib chill. Ja. Gute... Klappzeit. Yellow? Ja, ja. Äh, ne B-IE-Matterin, ne B-IE-Matterin. Schön. Werdster wahrscheinlich A im Fenster. Ja. So schier noch das Nutzen. Schier noch das ist neu. Habt ihr, habt ihr. Passt. Nein. Schön. Hab ich bekommen. Ah shit. Also ich hatte die Runde abgeschrieben. Nur den 4K. Ja war voll verdient, dass wir gewonnen haben. Ohne Scheiß. Wir sind echt Chance. Alter 16,6 Omni Nash. Ja es wär beide bei den 17 gewesen. Was? Eine Sekunde lecker. War das 3-0 Rückstand? Nein es war kein 3-0 Rückstand. Das wärs ja. Das ist ne Pistole? Ja. Die geht zum Cockpit. Ich pisste auf die Gegner. Mario kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario sag einfach ja oder nein. Ja. Ach so darfst du ruhen doch. So wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja. Tanzverbot ist am Start. Zaron. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Damn, 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 damn. Ähm... Lass mich. Oh mein Gott.